Jo Leute und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Super Mario 3 Rivalda Hallo Bin hier schon in der Overworld Map, bisschen weitergelaufen, ist aber nichts passiert Luis! Alles klar In der letzten Folge haben wir sehr viele Level geschafft Also fast die ganze Bloom-World Jetzt sind nur noch für Einzellevel da, nicht mehr viel Es ist nicht mehr viel, dann ist das Game tatsächlich für uns vorbei Weil weiter kommen wir nicht Also das würde ich jetzt mit den Fahnenstangen machen Oh! Wir haben bestimmt ein ganz einfaches Level Und jetzt in der letzten Folge ist... Also das müsst ihr euch anscheinend jetzt in der Folge war krank Ja wahrscheinlich Oh! Das ist nicht mit erschließen Oh, diese Falten ist doch cool Hier warte, warte, lau sein Alles erschließen Die Mächte Oh, da hab ich dir den... Gut weggeballert Nö, leider nicht Boah, da ist schon... Ich pusch mich hoch da oben, da oben die Stadtel Nein, mich musst du hochpuschen, komm runter Antonia! Ich bin wieder runter, weggerutscht Pusch mich Ich spiel wieder mit Mario Leute, weil... Mehr Challenge Ich muss genau am höchsten Punkt mich treffen So einfach Okay Jetzt nochmal hoch Perfekt Perfekt Ähm, ja Sauber Mushroom Ja toll, alter Was? Du wirst erstmal getroffen Oh Wow, man hätt auch so hochkommen können Aber diese Kaulkoppen sind so nice Okay, man muss aber definitiv, wie ich schon seh diesen Scheißkopf behalten Das wird sehr stark Das ist so viel Pack Dinger sind Warte, lass mich... Ich... Nimm einen, nimm einen, nimm einen Nimm einen Nimm einen Keine Ahnung, du wüsstens nichts Komm jetzt Ich weiß nicht, ob man die Hai damit töten kann Wahrscheinlich schon Ja super Perfekt Perfekt Wie du das Hier unten Ne Sooo Jetzt sind wir da drin Der wurde nämlich massiv bestört Äh, da oben, da oben Kein Stern Okay, man kann die nicht killen Ne 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 Nein, da ist nicht Ich bin doch grad geschossen, da war da Geh, chill Wir müssen unbedingt diesen Kackkopf behalten Weil jetzt gibt es keinen neuen mehr glaub ich Ja, hierfür Nice Ich weiß nicht, ob man ihn jetzt immer noch behalten muss Ich... ich versuch's mal Bisher ist das Level relativ machbar Halte, okay Wo? Pusche mich Pusche mich Pusche mich Pusche mich Warte Willst du einen Kilz? Ja Wie vielleicht auch schon... Ja, nice, nimm ihn Komm, pass auf Fische Fische killen Warum ist er nicht gestorben? ich muss ihn behalten wahrscheinlich muss man ist ja nicht gestorben ich gehe hoch ich weiß nicht ob ich ihn noch brauche das wäre ziemlich passen nicht jetzt noch brauchen würde noch habe ich ihn ja und hier ist wahrscheinlich noch einer so sind normal okay okay münze unter wasser die schweiß die in die rechts ich habe geschossen muss gehalten halten sonst richtung ja das war jetzt wiederum ganz machbar ich bin auf die kugel gesprungen macht deinen kopf da weg der preis zähne unnötig so 330 ist eine zahl die mich sehr anmacht ok ok jetzt nochmal das was wir schon gespielt haben in eine andere version keine ahnung ok mit zeit aber oh schön oh schön der start sehr sehr schön also für ich glaube 2013 haben wir später oder 12 sogar kommit dicker ja das kannst du später auch noch komm jetzt mit ja dicker wir gehen erst links dann kommen wir doch nach rechts wieder vorbei chill doch mal nimm diesen Glock jetzt hier nimm so die Feuerwehr und zünd die Dinger da an nein ich will das hoch naja hab ich nicht gesehen und den haben darüber müssen habe ich alle früßig oder kettin also einfach alle hier nicht halten nicht weiter wir brauchen noch einen rechts ist weil der toad damals war so nach einer weiteren gestörten störungen die 20 40 sekunden ich schieße so mit der pistole mit fünf sekunden delay so und sie hat überall platz sie sieht den timer bewegt sich nicht also was ist denn los mit dir 333 wir sind halb teufel jetzt so das war nicht das level woran ich mich erinnert das hat mir letztens schon mal und jetzt gibt es davon noch eine schwere version was für schaukel digga das sind diese diese bienen die baden und da habe ich ja gesagt das wird ultraschwer aber es war nicht die schwerste version hier braucht man muss man auch behalten weil ich habe genau gesprungen kann sich jetzt haben wir schon einen gegner verpasst ich muss eigentlich noch mal einen ok dann ist das wohl das schwere level die alle gegner quälen bekommen das war natürlich deutlich einfach klar du hast dich geschubst wieder mal rechts geht rechts da kommen bestimmt ich habe ich habe auch die geschossen das kann ich erzählen wahrscheinlich muss man alle der gegner kennen das ist so davon er hat mich nicht getroffen ich schieße die ab und kippen schaden oder was ich habe die abgeschossen die was ist das für ein alter diese gegner wie du bist das problem glaube ich weil du hast mich wieder runter gehauen geh weg einfach stirb sterben jetzt mann du nervst mich so nur wegen dir hier problem hier ist glaube ich alleine leichter beziehungsweise nicht alleine aber halt nicht mit antonio du bist so für den müll ne bist so ein mülleimer hier kommen noch mal gegner alle in der row muss weg werden müssen halt wissen woher die kommen ok nice da kommen die nächsten die nächsten bastarde ich habe ich habe ich habe ruf auf mich zu pushen ok er geht auch auf hier kommen wieder ganz viele gegner ich nehme mir sofort den dummer nimm ihn dir und schieß mit nein wollte es nicht schieß die bastarde ab was sind das für kackkäfer wirklich noch nicht so stinkende scheißkäfer gesehen da kommt wenige nur noch der da da sind noch welche komm das war's oder oh da oben noch ja entschuldigung das ist doch einfach wir haben alle gegild kann man nicht erzählen normal schon aber anscheinend also entweder es gibt dafür wirklich nichts oder haben wir so ein bisschen ach so man muss warten bis die platzfam kommt klar das ding ist halt hier gibt es auch kein check aber das ist auch nicht so ein richtig beschissenslevel das wird wahrscheinlich den rest der folge füllen ich werde hier auch nicht schneiden warum töd ich hier eigentlich wenn ich weiß dass dafür nichts gibt was ist das lustig was ist das für ein tod alter da war das rutschig ja und das weißt du doch das ist eis immer so eis rutschig ja dann musst du halt dich entsprechend ausrichten wenn man da kann du musst dich halt politisch entsprechend ausrichten von ultra links zu ultra mittel ah egal wir haben noch du nimmst den nicht das ist meins da kommt die franzer weißt du ja noch das ist ein gutes gedächtnis wie viel leben hast du das ist schön ähnlich wie deine mutter bisher sehr nice bisher glaube ich alle die es gibt ich glaube zu zweit ist es glaube ich sehr viel schwerer aber jetzt kommt glaube ich diese age scheiße hier aber so kacke das eis ist echt extrem rutschig muss man hier nicht alle pflanzen quillen ich glaube da war was ich glaube da war was irgendwas war hier oder auch nicht oder auch nicht das ist der letzte stern du nimmst den einfach yes nur erschaffen nicht warten 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 ja ja ich gehe einmal rum ja gut gemacht okay digga wie lange noch ja komm mit schenk mir dein one up das wär schön da bin ich nicht ne passt lebe einfach lebe einfach mach nichts ich mach das in Zeit oh yes oh oh ich dachte kurz während des levels digga das werden wir nie schaffen ich fand das so schwer ich kann ja nicht beschreiben warum wegen diesen eis das ist so hardcore das eis und die kack gegner man hat nichts bekommen für skillen der gegner schade ja egal wir haben es gehört dann ist auf jeden fall noch können wir noch weitermachen wuuu ich glaube es sind jetzt ich glaube da unten kommt nicht mehr viel ich glaube ich weiß gar nicht was da kommt hab ich noch nie gemacht ich glaube es sind sogar nur noch zwei oder drei level boah das wäre ein zacken geil wir gucken wir gucken wieder oder wollen wir uns überraschen haben überraschen okay wir gucken oh schwache eins nur noch überraschen ok das ist vielleicht der letzte part maritore world am ende machen wir dann so eine hymne so ein gesang so ein so eine verabschiedung hello das war sunday let's play und antonia ist scheiße ooooh ooooh zacken mit diesen mit diesen äh kugelwillis wahrscheinlich ne also elga ja sie ist game over das heißt boah das ist rutschig scheiße uah ist das rutschig schau mal man kann da glaube ich nicht hoch da kann man das ist sehr schwach es ist wirklich sehr schwach ok bis hier alles gut oben links das ding ist halt wenn es regnet ist halt nicht so schön ne ah hier glaube ich gehen die alle auf einmal die äh die äh schlacheln ah ne die schon bei den orangen sind es glaube ich nacheinander und bei den blauen kommen alle gleichzeitig hier so far so easy hm ich hätte noch ich hätte noch ich weiß nicht ob man hier die äh oder einfach Statue wäre oder auch wen ich weiß nicht ah ich genau wenn man reinläuft ins licht dann kommen die zacken das ist cool das ist noch cooler wenn ich in das licht reinlaufe kommen die zacken und dann hast du ja verkackt wenn du hier zum beispiel reinläufst musst du auf jeden fall getroffen ok ich hoffe ich bekomme nochmal eine katze und ich weiß nicht inwiefern die hier eine rolle spielt ich nehme ein bummerang er ist ein stern irgendwas immer gut checken was ist das ok oh das ist schnell schön Ich gucke den freuer Bruder uff pff oh ne Katsche aber das ist gar nicht so schlecht wie es aussieht weil es rutsche ist muss man jetzt hier runterfallen lassen und dann wieder da ran Oder am besten ran, klettern Und ein bisschen runter bleiben Ist halt nice mit der Statue Dafür ist sie ja auch da Damit man hier nicht getroffen wird Die grenzlige Situation ist das Ich glaube hier Ja du Pisskopf Egal Doch hier brauche ich sie Also es geht auch ohne Aber es ist natürlich deutlich schwerer Mit der Katze Weil jetzt bin ich dauerhaft Mit der Katze kann man hier natürlich easy nehmen Und die bleiben jetzt? Ja Und wie lange ich halt im Licht bin Ja Ist auch nicht Egal, 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 egal Hier werde ich jetzt eh nochmal getroffen Da Gut dass ich meine Kamera erinnere kann Okay Ich bin außerhalb vom Licht Hier ist egal Sehr gut das Treiben Dann nochmal die Orange Komm schon, wir haben alle Sterne Das schaffen wir wahrscheinlich Das ist stressiger als das direkt aussieht Hier ist noch schneller glaube ich Egal, egal, egal Ja, aber Nee, beim Erschwur nicht Warum bist du da nicht rübergekommen, der Bastard? Ernsthaft? Oh, das stimmt Du bist ja Na gut Aber so schwer warst du es gar nicht gedacht Vor allem wenn die Katze hat Das ist eigens Okay, dann machen wir es nochmal zu zweit Es ist 15.24 Ich bin außerhalb der Burg Ja, warum ist die Hünder gesprungen? So, wir sehen uns gleich Wir sehen uns gleich zum Scheiß Nee, wir sehen uns gleich zum Ende nochmal Oder nee, nee, ich lasse an Wir machen jetzt einen Skillersprung Aha, gut War bestimmt Absicht Nicht jetzt nicht Jetzt kriegst du Schaden Ich mach's so Ich schneide ich hier schon Bis zum Ende Außer es kommen irgendwie lustige Stellen Guter Antonus Gar nichts Dann lasse ich sowas Erschneiden Ich krieg immer einen Herzinfarkt Wenn du Oh Oh, wie soll das denn gehen Wenn zwei Zwei kleine Pisser da rumlaufen Boah Dicker, dicker, dicker Jetzt mal ernsthaft Wie soll das gehen? Ja, komm mit Den Sprung schaffst du doch wohl Ja Jetzt komm mit hoch Long jump Hm, gerade long jump Alles klar Ja Du hast die Physik auf jeden Fall drauf Alles klar Ich bin gesprungen Warum? Als ob du mit dieser Katze Was an Jetzt hast du auch noch verloren Oder was? Ich glaube, was ist denn falsch mit dir? Meine Fresse, ey Komm, das ist die letzte Folge Jetzt chill doch mal Ich will nicht ein Level in einer Folge machen Als ob die nächste Folge dann nur fünf Minuten geht Und wir machen das letzte Level Ist doch krass Ich mach jetzt keine Zeitverschwendung hier Komm Mann Oh, du Pisskopf Ja, stirb jetzt einfach Hi Hi So, was mach ich jetzt? Jetzt hab ich hier dauerhaft Stacheln bei mir Jetzt kann ich jetzt krieg ich ja nur Schau mal, was kann ich jetzt, jetzt kann ich nichts machen Warte, wenn du dich babbeln Nee, geht nicht Ich geh auf zu babbeln Okay, chill, chill, chill Okay, das ist jetzt eigentlich relativ einfach, was jetzt kommt Egal, komm mit Ohne Auch ein kleines Okay, ja Komm Ich mein, da ist ja auch kein Platz Ich stehe bloß im Weg rum Ja Ich stehe an einem Weg Ich nehm ja quasi die ganze Plattform ein So, hier jetzt einfach keinen Schaden nehmen Einfach nicht Lass es einfach Nein Machst es Eigentlich müsstest du dauerhaft springen quasi Warten, warten So So Huh Und hier auch warten Lange warten Weil der Sprung ist scheiße Oh, mit der schönen Rolle Das aussieht ziemlich heiß Ich geh nicht vorbei Ich geh hier hin Oh, das war schön Oh, nicht gestorben Leute, das war das vollste Level des Letzt Places schon Ich glaub, das nächste ist das letzte Und ich glaub, danach kommt auch nichts mehr für uns Leute Seid ihr bereit für das Growfino? Oh Und dann ist das Spiel vorbei, oder? Ja Also für uns, ja Dann haben wir Das müsste jetzt die Ich glaub, das ist erst die 23. Folge oder so Oder 24 Ich weiß, was kommt Ich glaub, das ist dieser Boss-Fight, den ich mal angesprochen hab in der Familie 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 In der Folge Wo man eben alle Bosse des bisherigen Spiels durchspielen muss mit einem Okay, nee, dann machen wir nochmal eine extra Folge Weil das wird lange dauern Leute, wir sehen uns zur nächsten Folge Die nächste Folge ist 100%ig die letzte Folge Wir machen das letzte Level mit den Bossen Bis dahin Oder die Juice Bis dahin Bis dahin Oder die Juice